Das war die Zähne. Hallo, komm, schönen Abend. Hallo, Reiche, na, wie geht's? Gut. Hörst du da was? Da kommen so Stimmen. Ah, ja, heute ist doch Stadtteilfest, Altonal jetzt. Ne, ne? Altona macht auf. Altona açılıyor mu? Ja, aber lass uns doch etwas unternehmen. Ja, warum? Bende çok yufka var. Und ich hab viel Käse. Ja, dann können wir gemeinsam föhreig backen. Evet, yapabiliriz. Aber, Ayşe, das würde niemals für alle ausreichen. Evet, bence de. Çok kalabalıklar. Biz en iyisi onlara tarifleri verelim. Onlar isterlerse kendileri yapınlar. Ja, das ist eine gute Idee. Okay, dann werfen wir die Rezepte und dann können Sie selber backen, was Sie möchten. Bende yufka var. Alles klar. Oh, ja, also! Ey, zo, zo. Ey, zo, zo. Ey, zo. Ey. Ey, ey. Ey, ey. Ey. Ey, ey. Vielen Dank.